Es gibt da einen Mann. Er steht an der Köh. Genauer gesagt am Ende der Köh. Erst sitzt er, dann steht er. Und während die Menschen vorbeiziehen, steht er da. Wieso? Ich weiß nicht. Er steht einfach da. Hustet nicht, macht auch sonst nichts. Man sieht ihn auch nicht, wenn man ihn nicht sieht. Er steht da. Und guckt geradeaus. Die Köh entlang. Hinunter. Wohin? Ich weiß es nicht. Wohin guckt man? Ohne Brille. Dann, nach einer Weile des Sehens, ruft der Mann etwas. Was? Ich weiß nicht. Er ruft und schreit. Etwas Kurzes, Ruckartiges. Macht dabei eine Bewegung. Und bedankt sich. Bei wem? Ich weiß nicht. Er bedankt sich und geht. Weg. Wohin? Ich weiß nicht. Ich sehe ihm nach. Häufig. Da stehen und gucken. Dann dieser Schrei. Und er geht. Ich jetzt auch. Wohin? Ich weiß es nicht. Morgen bin ich wieder hier.